herzlich willkommen bei mkotech.net mein name ist michael kunze und dies ist jetzt der dritte und letzte teil von der kleinen tutorial serie mit pathfinding und game maker zum bisherigen stand wir sind jetzt dabei dass alle bürger ihren weg gefunden haben und in das wahllokal gehen und dort dann auch letztendlich eliminiert werden in der spielszene natürlich betreten sie das gebäude und sind einfach nicht mehr sichtbar von außen wir sehen im vordergrund hier auch noch immer noch zwei drei bürger die rumstehen und nicht weiterkommen ist eine sache vom aufbauen der map habe ich schon jetzt ein paar mal erwähnt wir lassen es ja erstmal dabei wir beschäftigen uns jetzt hier um das grafische element möchten auch ein bisschen was sehen und zwar mit 10 meine ich jetzt wie viel bürger wo eingegangen sind was brauchen wir als erstes wir brauchen als erstes mal ein paar variablen die ganzen am besten auch global die mache ich am besten auf den gamemaster dass da alles übersichtlich drin ist dazu müssen wir erst mal eine maschine erstellen virtual state machine dazu gehe ich hier die variablen globale variablen was brauchen wir was macht sinn wir haben ja vier ziele und dann können wir die auch ruhig mal so benennen und zwar würde ich sagen t1 für target 1 und dann counter weil wir wollen das ganze jahr zählen so dann haben wir hier den zweiten counter den dritten und den vierten das sind unsere einzelnen variablen für die einzelnen wahllokale dann kumulierte werte von den target 1 und target 2 t1 und t2 nenne ich die jetzt mal und dann brauchen wir hier noch den t3 und 4 wobei das ist jetzt verwirrend ich mache das jetzt so rum weil das ist ja hier die 0 und die 1 gut dann brauchen wir noch ein global result um das tatsächlich zusammenzuführen so was bedeutet das im umkehrschluss wir sind jetzt hier in dem target und wenn hier das objekt gelöscht wird können wir ruhig hier den integer nach oben sehen lassen das heißt wir brauchen hier eine action int add int add variable global welches target sind wir jetzt target 0 also t1 counter ja ihr sagt jetzt bestimmt habt ihr recht ihr habt recht ich schmeiße es wieder raus weil das ist nicht konsistent an der stelle wir sind hier bei null target in dem array aber ich habe es als t1 tituliert das ist einfach mist so jetzt sind wir richtig und zwar int add auf globale variable t0 counter und das ganze auch auf den anderen dazu mache ich es mir jetzt recht einfach ich lösche jetzt einfach hier die skripte wieder raus kopiere hier den state und ändere hier im prinzip das noch dann die variable ab so jetzt haben wir im prinzip die informationen wie viele bürger in welches target reingelaufen sind dann sollten wir jetzt an der stelle das bei dem game master auch zusammen zählen lassen jetzt muss ich mal ganz kurz schauen brauchen wir noch eine variable ne wir haben alles was wir brauchen genau und zwar machen wir jetzt hier ein int operator dass wir zwei werte zusammenführen können dann wählen wir hier unser counter 0 als ersten wert aus dann den counter 1 als zweiten wert das ganze hätten wir in den global result t0 und 1 und das ganze machen wir jetzt nochmal mit dem zweiten werten und zwar counter 2 und 3 ergebnis in das globale t2 und 3 so ich lasse das ganze jetzt mal durchlaufen um zu sehen ob es auch funktioniert wir können ja mal hier auf den target gehen eins da haben wir hier schon ergebnisse hier haben wir genau den value 3 der zählt hoch hier oben ah ich habe vergessen every frame zu machen every frame aber ich denke mal das wird schon funktionieren gut dann brauchen wir des weiteren unsere ui dazu machen wir jetzt ein canvas dann brauchen wir hier ein panel darunter brauchen wir wiederum texte so das ganze noch richtig schön hinschieben natürlich kandidat 2 ich mache das jetzt hier unter fly natürlich kann man das auch mit abständen ein bisschen besser machen so das ist ok da drunter wiederum auch nochmal ein text da drunter ist hier für die Seite so dass wir nachher auch die zahlen haben und ganz oben können wir auch nochmal einen Text reinschmeißen. Das ist dann Gesamt. Nehmen wir es einfach mal so. Die Gesamtanzahl derjenigen, die zur Wahl gegangen sind. Genau, als nächstes fangen wir mal am besten hier oben an. Brauchen wir hier auch wieder eine neue FSM. Dann müssen wir hier die Integer-Werte in einen String umwandeln, weil sonst können wir es da nicht importieren. ConvertIntToString Dazu brauchen wir hier die globale Variable. Das sind wir jetzt bei dem Counter 0. In einen String, den haben wir noch nicht. Und Format brauchen wir keins, jeden Frame auf jeden Fall. Und dann wollen wir natürlich den Text updaten. dazu schieben wir das wieder rüber. Dazu schieben wir das wieder rüber. SetProperty Der Text soll abgedatet werden von der Variable Ergebnis EveryFrame So, das Ganze kopieren wir jetzt der Einfachkeit halber. Müssen natürlich hier noch die Variablen anpassen. Das ist jetzt 2 Genau 3 Kleiner Test am Rande. Machen wir kurz den Speed wieder ein bisschen schneller hier. Speed 52 Ja, man sieht hier eigentlich schon, dass hier nur der erste funktioniert hat, weil die anderen immer noch der New Text drin steht. Das ist falsch. Was ist da los? Die haben Ja, das ist üblich hier wieder. Eieiei So klein Jetzt aber Ja, der erste Indikator ist hier, dass New Text auf 0 umgesprungen ist. Das ist richtig, weil der Value ist ja 0. Und jetzt müssten wir hier auch Ja, das sieht auch schon mal super aus. Genau Das Canvas wollte ich jetzt noch kurz auf die Position rechts unten fixieren, dass es im Fullscreen auch funktioniert. Wunderbar Gut, dann brauchen wir das amtliche Endergebnis Mit dem Text hier Da müssen wir dann auch wieder konvertieren ConvertIntToString Und zwar in dem Fall Eigentlich das globale Result Aus der Variable Haben wir noch keine String Wird das überhaupt schon zusammengezählt? Schauen wir gleich mal Nee Wird nicht Ja Ja Richtig Wir müssen hier noch ein Wait rein machen Von 20 Sekunden Von mir aus Mal ein Wait Oder machen wir mal 15 Müsste eigentlich reichen Und dann brauchen wir hier noch ein Finish State Finish Nach 20 Sekunden Soll es weitergehen Und in diesem State Wird dann Die anderen zwei Ergebnisse zusammen addiert Und zwar aus den Zwischenergebnissen 0 und 1 Und 1 und 2 Nee, 2 und 3 In das In die Variable Global Result Level Frame Eigentlich nichts, weil Brauchen wir nicht So, gucken wir mal ganz kurz Auch ohne Uhr Wir sehen es ja gleich Ob der State hier unten links umspringt Oder nicht Nach 15 Sekunden Okay, jetzt sind auch alle da Zack, fertig 17 hat er genommen Aber warum kriege ich hier unten den Text nicht? Ja, warum ist der Text nicht da? Ganz einfach, weil wir konvertieren Und wir setzen es aber noch nicht Ganz einfacher Fehler An der Stelle Das ist aber nicht dramatisch Wir setzen hier den Property Text Aus der Variable Ergebnis jeden Frame Jetzt haben wir auch unsere Logik zusammengebaut Alle laufen los Ein paar bleiben stehen Aber ungewollt Ganz ehrlich Wir warten jetzt mal kurz ab Bis der State hier rüber springt Passt 15 Ja Wird richtig zusammengezählt Gut Wenn man jetzt Im Prinzip noch haben möchte Dass die ganzen Bürger Nicht immer loslaufen Sondern halt auch stehen bleiben Könnte man hier gleich An dem Random Wert Mal gerne auf 6 hochgehen Ich lösche jetzt nochmal kurz hier alles raus Kopiere mir hier Die State Machine Füge sie wieder ein Jetzt haben wir hier einen Random Wert Zwischen 0 und Ja 5 war das glaube ich Ne? Oder 6 Jetzt müssen wir mal schauen Was passiert Die haben 5 und läuft Läuft er los? Ja da läuft los Warum läuft er los? Weil Hier oben 0 0 drin steht Da müsste man jetzt Konsequenterweise richtig Ähm Noch ein Switch reinbauen Und zwar Switch Int Switch Die Variable GetID Ja das wäre jetzt eine Möglichkeit Wir haben jetzt hier 4 Werte Da haben wir jetzt Compare 1 Soll dann auf Finish gehen Compare 2 Finish Ja eigentlich 0 0 1 Auf 2 Und 3 Und wenn es größer ist Als 3 Dann bleibt er einfach stehen Ich kopiere das Ganze Jetzt nochmal Paste Testen Alle laufen los Das kann nicht sein Random ID ist 5 Machen wir ein neues Event Go So Ja so So macht es mehr Sinn Es nüllt da hier Natürlich rum Klar So jetzt müsste aber gut sein Ja Nee Das kann nicht sein Also was für ein Problem haben wir Wir haben das Problem Dass Hier bei Set Target Einfach nichts geholt wird Deswegen machen wir jetzt mal kurzerhand hier ein neues State Diese State soll als Start dienen Und dann schmeißen wir nämlich hier uns das Waiting raus Und bauen das hier oben ein 0,2 haben wir mal als einen Anfangswert definiert gehabt Schauen wir mal ob das reicht Sieht gut aus Jetzt funktioniert es nämlich auch Also gut Wieder kopieren Einpasten Aktivieren Und Feuer frei Wo sind unsere Männchen Jetzt müssten ja ein paar stehen bleiben Genau Und die haben ja dann typischerweise Ja das passt Die haben jetzt typischerweise dann den Random Wert größer als 4 Oder 3 Genau Bleibt stehen Gut Soweit So gut Gesamtergebnis wie gesagt wird runtergecountert Ich habe ja in dem Preview Video hier noch einen Text reingebaut Der einfach runter zählt Könnte man hier auch noch machen Und zwar brauchen wir hier einen Text Den wir jetzt einfach mal nach oben schieben Muss jetzt nicht hübsch sein Den gibt man die Farbe Rot Anfangswert von mir aus Was haben wir gesagt 15 war das glaube ich hier Weight von wie viel 15 genau Anfangswert von 15 Dann brauchen wir hier Float Decreaser Ne Substract Ist das genau So und zwar brauchen wir hier Eine Variable Teilen wir als float Setzen wir jetzt als 15 an Dann können wir das hier aber auch wieder auf 0 setzen Dann sehen wir ob es funktioniert Time Substract Punkt 1 Every time every second Oder 1 So Dann wollen wir hier den Text setzen Text aus der Variable Text aus der Variable Ja wir müssen jetzt ja noch zum String wandeln Float to String Convert float to String Convert time zu Mein Text Mein Text Als String So Format Machen wir zwei Dezimal nach dem Komma Und das müssen wir ganz nach unten setzen So Dann haben wir hier den Text Der aus My Text Every Frame Gesetzt wird Jetzt müsste der von 15 Rückwärts zählen Passt Genau Das ist jetzt unser Timer Der im Prinzip Anzeigt Wann jetzt die komplette Ja das Endergebnis angezeigt wird Wie viele Leute zur Wahl gegangen sind Manche bleiben immer noch hängen Kennen wir das Thema 7 6 7 Jetzt läuft er hier weiter Ist unschön Dazu könnten wir jetzt hier Einen zweiten State machen Hier Finish Und dann noch einen float switch Einbauen Wenn der Wert Der Time Variable Kleiner ist als 0 Dann soll der Finish Event Ausgelöst werden Und somit bleibt er Stehen Und dann sind wir jetzt auch am Ende Des Projektes Die Technik ist jetzt hier Vermittelt worden Ich hoffe ihr konnt was mitnehmen Und Wenn ihr Genau Bleibt stehen Und wenn ihr Das Ganze noch ein bisschen Weiter strickt Dann sieht es dann Im Prinzip so aus Ich habe jetzt einfach nur Die Kapseln Und die Sphären Durch Objekte Ersetzt Ich habe hier mal In das Studio Eine Frau Exportiert Eine Animation Hinzugefügt Und somit hat man hier Natürlich ein bisschen Schönere Optik Optimal wäre es hier Natürlich wenn das Gesicht Auch in Richtung Destination Laufen würde Dass es auch Ja Sich bewegt Und die Sphären Einfach durch Häuser Ersetzt Ja Wie gesagt Wir sind am Ende angekommen Es ging hier mir darum Euch inhaltlich zu vermitteln Ich hoffe ihr habt Spaß gehabt Gebt mir Feedback Schreibt was Und abonniert mich Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal